Das ist so ein High-End-Teil und, äh... Näh. Tut mir leid, aber näh. Das gefällt mir nicht. Aber es ist ja jedem selbst überlassen. Was meint er dazu? Ah. Lohnt es sich, sowas zu bauen? Oder ist es einfach nur Schwachsinn? Das kann ja jeder anders empfinden. Aber mir fehlen ja noch Diamanten für die Sentry Turtle. Äh, nein. Nicht für die Sentry Turtle. Sondern... Für... Ah, komm schon. Für die Mining Turtle, genau. Mining Turtle heißt das Ding. Ich hoffe, dass es hier überhaupt Diamanten gibt. Denn ich habe ja auch gelesen, dass es dank dieser Mod Bioms or Planty nur in unterschiedlichen Biomen vorkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Deshalb... muss ich sagen, hoffen wir mal einfach, dass wir hier Diamanten haben. Und dass mir nicht gleich ein Zombie auf den Kopf fällt. Und dass ich irgendwo für dieses Aluminium brauche und so weiter. Wer weiß. Da sind Diamanten. Ich sehe sie. Scheiße. Komm zu mir. Wo ist das Skelett? Komm zu mir. Tut mir leid. Aber ich kann dich einfach nicht gebrauchen. Ich muss essen. Und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall in Lava fallen. Ich muss unbedingt da hinten hin. Denn... Da oben... sind entweder Diamanten oder ich bin vollkommen verrückt. Und hier ist Redstone ohne Ende. Erstmal... Licht machen. Licht machen. salpeter, coal, lead, ore. Oh mein Gott. Gut, dass ich den auch gesehen habe. So. Was ist denn hier alles noch? Was ist denn hier alles noch? Was passiert denn, wenn ich jetzt den Block dahin setze? Au. Und den... Wow. Komm, hier erstmal zubauen. Von da aus möchte ich keine bösen Überraschungen mehr haben. Wow. Aber davon habe ich noch böse Überraschungen. Oh mein Gott. Hier oben kann ja überall noch was raus. Komm, einmal komplett zubauen. Ich möchte hier in Ruhe abbauen. Scheiße, jetzt hat er mir die Fackeln weggemacht. Nein. So. Äh. So. Fackel. Ftel. Kann man hier mit F7... Nein. Schade. Ich kann Lava hier nicht gebrauchen. Ich möchte auch keine Lava hier haben. So. Oh, da sind viele. So. Was soll ich jetzt machen? Ich baue einfach hier zu. Ich baue einfach hier zu. Okay. So. 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 Diamond ore. So. 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 Äh. Äh. Uk. 진k. ? workroom. Einfach M. Done. Back to gang. jetzt muss ich noch nach hause da sind wir durchgekommen und lauf es kann uns eigentlich nur noch jemand in den weg springen also ich würde gerne mal wissen was das nicht mit diesem diamanten auf sich hat ich glaube hier war eine ganze nacht unterwegs oder einen ganzen tag und eine nacht das weiß ich jetzt natürlich nicht denn ich habe keine uhr dabei und zu hause super erste was wir machen ist gold schmelzen ja genial so was haben wir hier noch eilen schmelzen wir haben noch was kabel stone ja haben wir direkt den neuen ofen so brauchen wir auch so wenig können ja auch mehr machen so und noch einen ofen bitte denn wir wollen ja produktiv sein und damit brauchen wir viele kohle her so was brauchen wir wir brauchen indium ferrers wieso sagt er ist immer da oben an aluminium kommt vielleicht können wir damit was machen kam mit dem sap 4 schwerter bauen dann einmal ich glaube hier war das nein da war das brauchen wir aber erstmal eisen da ist es und zwar reparieren wie diese pickaxe und dann können wir die ganze auch ich gelernt habe schneller machen okay das reicht jetzt haben wir nämlich eine Speed 9 Pickaxe Das ist jetzt schon was schneller als die normale. So, dann brauchen wir jetzt noch Sand. Habe ich vollkommen vergessen. Was wir das brauchen. Und ich hoffe, dass die das in der Mod dabei haben. Wir bräuchten einen Macarator. Vielen Dank.